Liebe Wählerinnen und Wähler, heute ist der 14. März 2016, heute ist der internationale Aktionstag gegen Staudämme. Deswegen stehe ich hier vor dem Biggedam seit 50 Jahren wohl das prägende Herrschaftssymbol des Ruhrverbandes im Kreis Olpe und wohl augenfälligstes Merkmal und Beispiel für angewandte Landschaftsverschandelung. Wir vom Kreisverband der Partei, die Partei in Olpe, setzen uns dafür ein, dass dieses Bauwerk abgerissen wird, dass das Biggetal endlich wieder frei begehbar ist, dass wir wieder wunderschöne Aussichten im Kreis Olpe haben. Es kann nicht sein, dass der Kreis Olpe darunter leiden muss, dass die Ruhe, der Wasserstand der Ruhe von hier aus reguliert werden muss. Es kann nicht sein, dass der Kreis Olpe darunter leidet, dass andere Menschen sauberes Trinkwasser haben und es kann erst recht nicht sein, dass im Sommer alles mit gelben Nummernschildern überflutet wird oder dass die ganzen Ruhrgebietsnasen hier hinkommen und uns die schönen Hänge verunstalten. Wählen Sie bei der nächsten Wahl die Partei, denn sie ist sehr gut.